Das ist Jasmin. Jasmin hat sehr schöne eigene Haare und du kannst dich ruhig mal drehen und du kriegst heute Rastasöpfe. Nicht so dicke, nicht so dünne, hast du gesagt. Ja und wir zeigen dann wie es geworden ist. Freust du dich? Ja. So Jasmin ist fertig. Schöne ewig lange Rastas. Wir haben es ein bisschen hochgesteckt. Zeig dich mal von vorne. Und wie gefällt es dir? Wunderschön, liebe es. Ja, das steht dir auch. Danke. Mit euch hatte es so viel Spaß. Ja, es war so ein schöner Tag. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude. Auf jeden Fall. Bis nächstes Mal. Jasmin. Bis nächstes Mal.